Musik Herzlich Willkommen bei Alpha Centauri. Ich meine, ich will keine alten Geschichten aufwärmen. Gut. Aber 1610, ist schon eine Weile her, hatte Galileo Galilei ja vier Monde entdeckt, die um den Jupiter rumkreisen. Io, Europa, Ganymed und Callisto. Also drei Damen, ein Herr, alles Geliebte des Göttervaters Zeus, dem römischen Jupiter. Und er hatte ja damals die Probleme mit der Inquisition und hatte dann einige Kardinäle der katholischen Kirche zu Besuch. Und die hat er aufgefordert, sie sollten nochmal durch sein Fernrohr gucken, um zu gucken und um zu sehen. Die Herren haben das, wie Sie ja wissen, abgelehnt, unter anderem mit dem Argument, kommen Sie mich mit Fakten, wir haben uns unsere Meinung längst gebildet. Ich will Ihnen heute mal ein paar Fakten liefern, und zwar Fakten über etwas, was wir in den letzten Jahren dank Galileo, nämlich einer Sonde, die zum Jupiter geflogen ist und sich die Monde viel genauer angeguckt hat, herausgefunden haben. Ich will Ihnen heute was erzählen über die Frage, gibt es Leben auf Europa? Europa. Tja, Europa, einer der Monde des Jupiter, ist einer der interessantesten Objekte im Sonnensystem und Europa sieht so aus. Das ist der Blick der Sonde Galilei auf den Mond Europa. Sie sehen also blaues Eis an den Polen, in der Mitte dieses Mondes, Planet kann man nicht sagen, es ist ein Begleiter von Jupiter. Sehen Sie diese roten Flecken? Und diese roten Flecken sind Eis, angefüllt mit viel Gestein und Felsenmassen, die offenbar hochgedrückt worden sind. Denn schaut man genauer hin, auch wieder eine Aufnahme von Galileo, dann sieht man unglaublich große Grabensysteme, die einige hundert Kilometer groß sind. Und man sieht also, dass auf diesem Planeten, ich sag immer Planet, weil er so groß ist, er ist ja größer als der Mond, er ist ein Mond, dass auf diesem Körper irrsinnige Kräfte am Werke gewesen sein müssen, gewesen sein mussten und müssen. Denn das, was man da sieht auf diesem Bild, das sind Eisschollen, riesengroße Eisschollen, die aufgebrochen worden sind, die aufgestiegen sind und die etwas darüber erzählen, was sich auf diesem Himmelskörper abgespielt hat und immer noch abspielt. Denn, Herrschaften, dieser Himmelskörper hat eine, tja, wie soll ich es ausdrücken? Sagen wir es mal so, der Mond, also normaler Mond, wie unserer zum Beispiel, ist ein totes Ding. Das ist ein toter Gesteinsbrocken, der kühlt langsam ab, Feierabend. Bei Europa allerdings zeigt es sich, dass er eine innere Wärmequelle hat. Dass das Eis an seiner Oberfläche ist, das wissen wir, weil wir haben die Absorptionslinien vorgelegt. Von Wasser gefunden, also H2O. Und, ja, wir wissen, dass wir eine Temperatur haben von minus 160 Grad. Warum? Ist klar. Der Jupiter mit seinen vier Monden, der hat ja noch viel mehr, aber mit diesen Monden, der ist ja fünfmal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde. Deswegen ist es da so kalt. Also wir wissen, es ist Wasser und wir wissen, das Wasser ist gefroren. Er hat also an seiner Oberfläche eine Eisdecke und diese riesengroßen Gräben, wenn man die genau vermisst mit zum Beispiel Analyseverfahren, um herauszukriegen, wie sich das Eis bewegt hat, um solche großen Gräben aufzubauen. Dieses Eis ist wirklich von unten hochgekommen. Dann sage ich ja hier kein Wort umsonst. Ist ja klar, worauf ich hinaus will. Wenn wir also Wasser finden und gefrorenes Wasser, vor allen Dingen also Eis, auf der anderen Seite aber offenbar die Bilder dieses von Europa ja andeuten, dass sich da was bewegt und dass sich da was tut. Dass es da eine Energiequelle gibt, die das Eis immer wieder in Wallung hält, das ist ein komisches Wort bei Eis, aber es wird tatsächlich in Wallung gehalten, auch wenn die Temperaturen so niedrig sind, minus 160 Grad, wie gesagt. Dass diese Quelle, dass auf diesem Planeten, oder schon wieder Planet, es liegt daran, weil es so groß ist, dass auf diesem Mond sich irgendwas Tolles tun muss und dass es vielleicht sogar unter dieser Schicht, Eisschicht, flüssiges Wasser geben könnte. Und ist ja klar, sie sind ja natürlich geeicht. Flüssiges Wasser hat natürlich sofort was mit Leben zu tun. Ist natürlich Quatsch, aber warum nicht? Gehen wir doch der Frage nach. Könnte es Indizien geben, die dafür sprechen könnten, dass es auf dem Mond Europa, also dem Mond vom Jupiter, eventuell sowas wie Leben geben könnte? Woher wollen wir das wissen? Na gut, fangen wir mal langsam an. Wie dicht ist die Eiskruste von Europa? 17 bis 20 Kilometer ist momentan der Stand der Dinge. Wir werden in einigen Jahren mit einer Sonde, die also sehr genaue Radaraufnahmen machen wird, viel mehr darüber erfahren. So, und jetzt kommen wir mal zu der von mir bereits angesprochenen Energiequelle. Der Mond Europa gibt also mehr Energie ab, als er von der Sonne bekommt. Denn er hat eine fantastisch strahlende Oberfläche, ihr habt mal gesehen, die ist ja ziemlich hell, auch wenn sie an etlichen Stellen dunkel ist, aber der strahlt natürlich alles oder sehr, sehr viel davon wieder ab. Diese innere Energiequelle muss auch da sein, denn der Mond Europa hat ein Magnetfeld. Was mich als Plasmaphysiker natürlich besonders freut, dass Magnetfelder in Alpha Centauri auch mal wieder Thema sind. Woher kriegt ein Himmelskörper sein Magnetfeld? Durch den Dynamo. Der Dynamo hat was damit zu tun, dass in seinem Inneren sogenannte Konvektionsbewegungen am Werke sind. Konvektionsbewegungen heißt, unten ist es heiß, oben ist es kalt und Material, was aufgeheizt ist, steigt auf, kühlt ab, fällt wieder runter und so weiter. Und genauso wie ihr Fahrraddynamo Bewegungsenergie in magnetische Energie verwandelt, kann das bei einem Planeten, also diesmal ist das Wort übrigens richtig, bei einem normalen Planeten ist das wunderbar, bei der Erde zum Beispiel. Die Erde hat eine innere Wärmequelle, das ist Radioaktivität und noch alte Bindungsenergie von damals, als sie entstand. Und deswegen werden die Gesteine im Inneren aufgeheizt. Europa hat auch ein Magnetfeld, das wissen wir von Galileo, da ist nämlich ein Magnetmeter da angebracht. Woher kann ein Mond ein Magnetfeld haben? Ja, weil er ein Dynamo hat. Wo ist aber seine Wärmequelle her? Ich meine, woher kriegt dieser Mond eigentlich seine Wärme her? Erstens von dem, was noch übrig ist, weil er ein relativ großer Himmelskörper ist. Aber zweitens von dem Herrn, den er umkreist. Jupiter. Europa ist der Mond, der nach Io, dem Jupiter am nächsten steht. Übrigens über Io müssen wir auch mal eine Sendung machen, kannst du mir jemanden aufschreiben? Das ist also der innere Planet, das ist ja ein ganz armes Stück. Aber wir reden ja über Europa. Europa erfährt wie Io vor allen Dingen was über die Schwerkraft von Jupiter. Der Jupiter knetet diesen Mond durch, weil er so unglaublich schwer ist, das ist ja 320 Mal schwerer als die Erde. Und genau wie Erde, wie unsere Erde mit ihrem Mond diese Gezeitenwechselwirkung hat, Sie wissen ja, fahren Sie zur Nordsee, das Wasser ist immer weg, Eppe und Flut. Genau diese gleichen Gezeitenkräfte, nur viel, viel schwerer, oder viel stärker, denn Jupiter ist ja viel schwerer als die Erde und Europa ist viel leichter als die Erde, spürt dieser Mond die Schwerkraft des Körpers, den er umkreist. Und jedes Mal, wenn Europa den Jupiter umrundet hat, dann wird er ein wenig von dem Jupiter durchgeknetet worden, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese riesengroße Eisschicht um Europa herum, zusammen mit der Entdeckung, dass Europa ein Magnetfeld hat, und weil er ein Magnetfeld hat, muss er also in seinem Inneren eine Energiequelle haben, die diese Konvektionsströme am Laufen hält. Das alles zusammen bringt uns auf die Idee, dass unter dem Eis, aber oberhalb der felsigen Oberfläche dieses Mondes, na, was ist dazwischen? Oben ist Eis, unten ist Felsen, Wasser. Flüssiges Wasser. Und zwar viel Wasser, viel mehr Wasser übrigens als auf der Erde, also wahnsinnig viel Wasser, ordentlich viel Wasser. So, jetzt haben wir also das Wasser, wir verstehen jetzt, dass da flüssiges Wasser sein kann, denn oben ist es gefroren, aber von unten könnte ja das Material geheizt werden, denn, Sie erinnern sich, Magnetfeld, Konvektion, Wärmequelle. So. Was hat das jetzt alles mit Leben zu tun? Nun, von der Erde wissen wir, und zwar von der Abteilung Neuland, sozusagen, im wahrsten Sinne des Wortes Neuland, nämlich dem Neuanfang von ozeanischer Kruste. Sie wissen das ja alle, diese großen ozeanischen Gräben, aus denen das eine neue Erdkruste heraussprudelt, und deswegen ist ja der größte Teil der ozeanischen Kruste nur höchstens 200 Millionen Jahre alt, der Rest ist schon längst wieder unter den Kontinentalplatten verschwunden. An diesen Stellen, wo auf der Erde Neuland entsteht, da gibt es Lebewesen. Und zwar sogenannte Archibakterien. Das sind Einzelle, also kleiner als klein, die in der Nähe von sogenannten Black Smokers existieren. Das sind also Löcher im Erdboden, aus denen einfach sehr heißes Material rauskommt und sich zusammen... Und erstmal nicht nur heiß, sondern auch sehr mineralienreich ist. Und in der Nähe dieser Black Smokers haben sich Ökosysteme gebildet. Ja, und zwar in zweieinhalb tausend Meter Tiefe. Da kommt kein Sonnenstrahl mehr hin. Die leben nicht von der Sonne, so wie wir, oder wie das normale Lebewesen auf der Erde, hätte ich fast gesagt, sondern die leben von der chemischen, von der freien chemischen Energie, die frei wird, wenn heißes Material sehr mineralienreich, sehr salzhaltig aus dieser Tiefe herauskommt. Das heißt, in gewisser Weise haben wir hier das Paradebeispiel dafür, wie sich Leben entwickeln kann ohne Sonnenlicht und nur durch eine geologische Heizquelle und Mineralienquelle verseucht. Da gibt es Viecher, die fressen also nur Salpetersäure zum Beispiel oder Schwefelsäure. Die freuen sich richtig, wenn es richtig sauer ist. Zustände, die ein normales Lebewesen nicht überlebt, das ist für diese Viecher ideal. Fantastisch. Da ist natürlich klar, da wir die direkte Beobachtung auf der Erde ja haben, dass Leben sich in einer solchen Umgebung tatsächlich entwickeln kann, also ohne Licht, ohne Luft, sondern nur in dieser unglaublich, erstmal hoher Druck, hoher Druck, also zweieinhalbtausend Meter tief, das ist ein ziemlich hoher Druck und eigentlich nur Säure, weil wir das direkt kennen, auf der Erde beobachtet haben, könnte man die Vermutung anstellen, dass es sowas auf Europa auch geben könnte. Also insofern ist Europa momentan der Platz, von dem wir am ehesten glauben, wenn es uns gelänge, wenn es uns gelänge, durch diese Eisschicht durchzubohren, nun sind natürlich 17 bis 20 Kilometer Eis, ist kein Pappenstiel, dass wir da vielleicht auf wirklich noch lebende Zellen stoßen können. Das ist eine Sache, die uns in den nächsten 20 bis 25 Jahren in der Astronomie, gerade dieser Mond, sicherlich sehr beschäftigen wird. Denn ansonsten haben wir im Sonnensystem, also im inneren Teil, wenn wir mal den Jupiter noch mit dazurechnen, eigentlich kaum Gelegenheit, auf Lebewesen zu treffen, zumal es eben nirgendwo große Mengen an flüssigem Wasser gibt, außer auf Europa. Das heißt, wo wir heute stehen, ist, dass wir aus der Beobachtung der Oberfläche dieses Mondes Europa schließen können, dass seine Dynamik, also der ist ja noch am Arbeiten, es ist ja nicht so, dass dieser Mond eingefroren ist, quasi, obwohl er so kalt ist, dass die Dynamik immer noch am Werk ist und dass pausenlos neues Material aufgebrochen wird, dass aus diesen Beobachtungen heraus wir einige Indizien darauf haben, was sich unter dem Eis als Unsichtbarem, für uns ja völlig Unsichtbarem, tatsächlich ergeben könnte. Also die Vorstellung, dass wir auf so einem Planeten, jetzt habe ich schon wieder, auf diesem Mond Europa, Lebewesen finden, wie wir uns das normalerweise vorstellen, also Lebewesen mit vier Beinen oder zwei Flügeln, Augen und so weiter, das ist natürlich Quatsch. Denn ein 17 Kilometer dicker Eisgürtel, der lässt ja kein Licht durch. Das Einzige, was er erlaubt, und das ist vielleicht der große Vorteil auf Europa, ist eine außerordentlich stabile chemische Umgebung. Stabil chemisch heißt vor allen Dingen auch stabil chemisch und thermisch. Dadurch, dass dieser dicke Eisgürtel da drauf liegt und das Wasser von unten praktisch immer schön erhitzt wird, hat man wahrscheinlich außerordentlich angenehme Temperaturunterschiede. Also nicht irgendwie Temperatur hier hoch und danach sofort eiskalt, sondern der Temperaturverlauf in dem Wasser wird relativ angenehm sein. Das wird für diese chemischen Vorgänge sehr, sehr ersprießlich und erquicklich sein. Also wir werden hingucken und wir werden hinfliegen, nicht wir, aber einige Sonden, und werden versuchen, auf dem Mond Europa Neues zu entdecken. Tja, ich frage mich wirklich, was würden die Kardinäle von 1610 sagen, wenn sie sehen würden, was wir heute auf dem Mond Europa so alles entdeckt haben und vermuten. Naja, aber zu den Kardinälen von damals kann man vielleicht nur sagen, manche Menschen denken, glauben ja, dass sie denken. Dabei sind sie nur gerade dabei, ihre alten Vorurteile neu zu arrangieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020